Hallo liebe Wanderfreunde! Herzlich Willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute wandern wir von Niedernhausen hoch zur Hohen Kanzel. Die Wanderungen sind so knappe zehn Kilometer. Mal gucken was uns erwartet. Schwimm ich euch mitzunehmen. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ich bin der. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Sonne ist rausgekommen. Wird gerade schön warm. So in der Sonne ist es angenehm. Wir haben aber trotzdem nur 5 Grad. Das letzte Stück war ziemlich anstrengend, da es nur berg hoch ging. Jetzt haben wir so knapp 4 Kilometer und bin ein bisschen geschafft. Aber weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, wir sind jetzt am Ende. Die Wanderung war ganz gut. Hat mir sehr gefallen. Das ist anstrengend, weil es geht am Anfang sehr steil bergauf und das gut über 3,5 Kilometer. Dafür gibt es aber auch viel zu sehen, wie ihr in dem Video seht. Die Strecke ist relativ leicht besucht, also nicht so viele Leute unterwegs, also ganz gut zu wandern. Es geht auch sehr viel durch den Wald, auch mitten durch den Wald, nicht so auf den Größenwegen. Ich hoffe, die Strecke hat euch gefallen. Über ein Like, über einen Kommentar und ein Abo freue ich mich sehr gerne. Und wenn ihr die Strecke nachlaufen wollt, könnt ihr auf Komoot die Route nachgucken und nachlaufen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.